Also ich erzähl mal kurz, wie ich das in meinen Funden habe, was der Unterschied ist. Zum Beispiel Soziopathen sind eher so Leute, die sich jemanden unterordnen und meistens ordnen sie sich dann Psychopathen unter. Und Psychopathen sind mehr so, die so ein Alphatierverhalten auch darstellen, die halt Macht über Leute ausüben, sowas. Mal gucken, ob ich da richtig bin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaktion auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um Soziopathie. Was ist das? Soziopathie gegen Psychopathie. Ich hoffe, in dem Video wird ein bisschen erklärt den Unterschied davon. Weil den würde ich mich auch gerne mal genauer wissen. Und auch besser einordnen können. Also fangen wir direkt mal an. Kein langes Video, 9 Minuten 32. In diesem Video sprechen wir über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Soziopathen und Psychopathie. Denn auch wenn beide Störungsbilder sehr, sehr häufig, selbst von Fachleuten, in einen Topf geworfen werden, gibt es doch teils erhebliche Unterschiede. Zum einen in der Entstehung der Störungen, zum anderen aber natürlich, wie sie sich im Alltag zeigen. Deswegen in diesem Video mal ein bisschen Aufklärung zu diesem Thema. Bleibt also auf alle Fälle ganz bis zum Ende dran. Damit wir aber verstehen, warum beide Störungsbilder so, so häufig in einen Topf geworfen werden, müssen wir uns klar machen, dass es diese Störungsbilder, also Soziopathie und Psychopathie, im DSM-5 gar nicht gibt. Ja, es gibt keine Störung, die Psychopathie heißt und die im DSM-5 aufgelistet wäre. Beide Störungsbilder gehen im DSM-5 in der antisozialen Persönlichkeitsstörung auf. Ja, und hier fangen die Probleme schon an, denn ich habe ja auch in vorangehenden Videos bereits gesagt, dass das ganze Konzept alleine der antisozialen Persönlichkeitsstörung auf sehr, sehr wackeligen Beinen steht. Aber dazu noch mehr in diesem Video. Ja, wir beiden Störungsbildern auf jeden Fall gemein sind, ist die Unfähigkeit zur intuitiven Empathie. Die Unfähigkeit, ich sage einmal Angst zu empfinden, Mitleid zu empfinden und vor allen Dingen auch Reue zu empfinden. Das sind Eigenschaften, die wohl Soziopathen als auch Psychopathen aufweisen. Trotzdem gibt es erhebliche Unterschiede, was die Entstehung anbelangt. Ich habe in meinem letzten Video zum Thema Psychopathie das... Also ich erzähle mal kurz, wie ich das in meinen Funden habe, was der Unterschied ist. Zum Beispiel Soziopathen sind eher so Leute, die sich jemandem unterordnen. Und meistens ordnen sie sich dann Psychopathen unter. Und Psychopathen sind mehr so, die so ein Alphatierverhalten auch darstellen. Die heißt, Macht über Leute ausüben und sowas. Mal gucken, ob ich da richtig bin. Dass ich euch am Ende dieses Videos auch in der Endcard verlinke, schon gesagt, dass die Ursachen von Psychopathie mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit fast zu 100% genetisch bedingt sind. Das heißt, Psychopathie, diese Unfähigkeit zu intuitivem Mitgefühl ist bei Psychopathen angeboten. Genau das ist aber bei Soziopathen nicht der Fall. Ja, Soziopathie ist eine Persönlichkeitsstörung, die allerhöchstwahrscheinlich, ja natürlich wie alle Persönlichkeitsstörungen zwar eine genetische Komponente haben, aber im Laufe der Kinderzeit entsteht durch die Umwelteinflüsse, durch die Erfahrungen im Elternhaus und so weiter und so fort. Ich hatte sogar zum Beispiel mal einen kleinen Chat auf diesem Kanal unter einem meiner Videos mit einem Betroffenen, der geschrieben hat, hey, ich bin, ich habe die antisoziale Persönlichkeitsstörung und ich hasse alle Menschen und ich hasse die ganze Welt und so weiter und so fort. Und dieser Nutzer hatte aber als Nutzerbild seines YouTube-Accounts so ein Zeichen von wegen Tierschutz, setzt euch für Tiere ein, lebt vegan und so weiter und so fort. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und da habe ich den Nutzer angeschrieben in der Kommentarsektion und habe gesagt, hey du, das würde mich wirklich aus tiefstem Herzen interessieren, vielleicht erklärst du mir das, du sagst auf der einen Seite, dass du alle Menschen und die Welt und so weiter hast und das alles zerstört sehen möchtest, auf der anderen Seite setzt du dich aber hier für Tiere ein, sagst, werdet vegan, Leute. Wie passt das bitte schön zusammen? Ja, und hat dieser Nutzer mir gesagt, dass er in seiner Kinder- und Jugendzeit, ja, ich erzähle das jetzt so ein bisschen aus dem Gedächtnis, aber ganz grob war es so, halt sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit seinem Mitmensch gemacht hat, mit den Eltern gemacht hat und hat gesagt, ich bin so enttäuscht von den Menschen, dass ich sie einfach nur noch hassen kann. Aber Tiere haben mich auf diese Art und Weise niemals enttäuscht. Tiere waren immer für mich da und deswegen bin ich heute für Tiere da. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Das ist sehr interessant und ergibt auch irgendwo Sinn. Weil Menschen haben manchmal das Bedürfnis, die man schlecht zu behandeln, weil es denen Spaß macht. Tiere haben sowas nie. Menschen haben auch Spaß am Töten. Es gibt, glaube ich, nur eine Tierrasse, die das eh nicht hat. Das sind so bestimmte Affen. Aber sonst haben Tiere keinen Spaß am Töten. Wenn Tiere töten, machen sie das, um selbst zu überleben. Das ist diese Überlegung des Lebens. Wenn man zum Beispiel die Raubtiere, Löwen und Leoparden und sowas sieht, die töten ja ihre Beute nur, weil sie halt selber Essen brauchen. Sie müssen überleben, aber sie töten die nicht aus Spaß. Deswegen ist der Mensch meiner Meinung nach auch das gefährlichste Tier auf dieser Erde. Und hier sehen wir schon, dass diese Person mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, die gibt es übrigens im ICD-10 als die disoziale Persönlichkeitsstörung. Das heißt, die disoziale und die antisoziale Persönlichkeitsstörung sind beides das gleiche in etwa. Die sind sich sehr, sehr ähnlich. Ja, sehen wir, dass er eher in diese soziopathische Schiene hineingeht. Und können sehr schön sehen, wie seine Symptome vor allen Dingen auch erworben sind. Ja, es ist sehr, sehr fraglich, ob jemand mit Psychopathie das auch machen würde. Ob der sagen würde, setzt euch für Tiere ein. Das halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr zweifelhaft. Ja, da sind wir schon bei der Entstehung, bei der Störungsbilder, da sehen wir schon, dass es da erhebliche Unterschiede gibt, auch wenn natürlich beide Personengruppen am Ende die gleiche, sage ich mal, Unfähigkeit, zumindest zu intuitiven Mitleid, Angst zu empfinden und so weiter haben. Ja, aber aus dieser Entstehungskiste ergeben sich noch weitere Umstände. Nämlich, dass sich beide Störungsbilder, auch wenn sie dann hinterher, zumindest im DSM-5, unter der antisozialen Persönlichkeitsstörung aufgelistet sind, also in dieser Diagnose aufgehen, dass sie sich im Alltag mitunter sehr, sehr anders zeigen. Denn Menschen, die eine soziopathische, die soziopathische Züge haben, sind sehr, sehr impulsiv, sind sehr, sehr häufig voller Wut, lassen diese Wut auch raus, können die Impulse ganz, ganz schlecht kontrollieren, während Psychopathen tatsächlich eher berechnend und planend sind. Das ist an dieser Stelle ganz... Oder dazu sagen, viele Psychopathen sind auch äußerst intelligent. Deswegen, das hat er ja gerade teilweise beschrieben, dass sie äußerst intelligent sind, dass sie halt ruhig sind, planend. Und je nachdem, was du in der Psychopathie hast, planst du auch richtig deine Schritte, wie du jetzt diese Menschen vernichten kannst, zum Beispiel. Stark gesagt. Ganz wichtig zu verstehen. Und wir können uns jetzt hier schon vorstellen, was das natürlich für erhebliche Konsequenzen hinterher für das Leben in der Gesellschaft hat. Ja, Menschen, die Soziopathen sind, sind häufig bittere Außenseiter in der Gesellschaft, was natürlich wahrscheinlich den Menschenhass auch zusätzlich noch anfeuert. Ja, die kommen immer und immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Es kommt immer wieder zu Gewalttätigkeiten und so weiter und so fort. Während es viele, viele Psychopathen mitunter schaffen, sehr unauffällig in der Gesellschaft zu leben, eben, weil sie nicht impulsiv sind, sondern weil sie sehr geplant vorgehen, ja, ihre Handlungen auch gut steuern können, ihre Impulse auch gut kontrollieren können und so weiter und so fort. Und deswegen kommen Psychopathen mitunter auch sehr viel weniger und vor allen Dingen auch sehr viel weniger aggressiv mit dem Gesetz, mit geltenden Normen in der Praxis in Konflikt. Trotzdem, das muss man ganz klar sagen, beide Personengruppen sind, ja, lehnen oder fühlen sich nicht mit unseren Gesetzen, sozialen Normen und so weiter verbunden. Nur so ist es ja möglich. Und so kommen wir gleich auch zu der Kritik an dem ganzen Konstrukt der antisozialen Persönlichkeitsstörung, das ich am Anfang des Videos schon angesprochen habe, dass beide natürlich die Diagnose antisoziale Persönlichkeitsstörung gestellt bekommen. Denn antisoziale Persönlichkeitsstörung bedeutet genau das. Immer wieder in Konflikt geraten mit geltenden Normen, immer wieder in Konflikt geraten mit dem Gesetz und so weiter und so fort. Tja, nur bei den Menschen, die Soziopathen sind, die also so impulsiv sind, wird das häufig auch, ja, offen ausgelebt, während viele Psychopathen, ich sage nicht alle, aber viele Psychopathen eher nur im Geiste sich nicht verbunden fühlen mit unseren Normen, aber aus Berechnung, aber aus Kalkül, damit sie selber nicht Probleme bekommen, denn wer möchte schon im Gefängnis landen, es ist ja bestenfalls sehr unkomfortabel, dort einzusetzen, ja, können sich beherrschen und zumindestens oberflächlich unseren Normen und Gesetzen relativ gut nachkommen. Jetzt, da sind wir jetzt bei der Kritik, ist es natürlich auch so, dass dieses ganze Konstrukt der antisozialen Persönlichkeitsstörung und somit tatsächlich, zumindestens bei der Soziopathie, würde ich sagen, das auch abhängt von der Kultur. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ich kann ja nur gegen Gesetze und Normen verstoßen, wenn genau diese Gesetze und Normen, gegen die ich verstoße, auch die Gesetze und Normen meiner Kultur sind. Man könnte sich einen Soziopathen vorstellen, den man in einen anderen Kulturkreis verpflanzt, wo es einfach diese Gesetzen und Regeln gar nicht gibt und somit wäre er zumindestens niemand, der nach dem Klassifikationssystem DSM-5 oder ICD-10 antisozial-disozial-persönlichkeitsgestört wird. Das ist eine Kritik, die muss man hier in jedem Fall an diesem ganzen Konzept anbringen. Natürlich, was übrig bleibt, ist die intuitive Unfähigkeit zu Mitgefühl, zu Mitleid, zu Reue, Angst zu empfinden und so weiter und so fort. Aber in der Praxis verhalten sich beide Menschen völlig unterschiedlich. Beide Personengruppen verhalten sich in der Praxis völlig unterschiedlich. Ja, und das sind die Unterschiede zwischen Soziopathen und Menschen mit Psychopathie. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen, hat euch auch einen gewissen Wissenszusatz gebracht. Wenn euch noch das Video zum Thema Psychopathie in ganzer Länge interessiert, wenn ihr auch wissen wollt, ob es tatsächlich stimmt, dass Psychopathen sehr, sehr häufig in den höchsten Manager-Etagen zu finden sind, Ärzte sind und so weiter und so fort, oder ob das nur ein Mythos ist, dann klickt hier auf die obere Endkarte zu meiner rechten Seite. Wenn euch solche Videos gefallen, abonniert natürlich außerdem gerne diesen Kanal. Wenn ihr mich auf meinem persönlichen Weg und natürlich auch dieses ganze Projekt unterstützen wollt, werdet sehr, sehr gerne Kanalmitglied. Für heute, wie immer, wünsche ich euch nur das Beste, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Also, zu meiner Aussage, die ich mal getroffen habe, so ungefähr Minute 2, 25, ähm, habe ich eher das Gefühl, dass es andersrum ist, als eher die Soziopathen sind, die sich ein Eifer-Tier-Verhalten aufweisen und die Psychopathen halt eher die sind, die es schaffen, sich unterzuordnen, um nicht bemerkt zu werden. Würde ich jetzt so behaupten. Naja, gut, ähm, das war's auch von diesem Video. Alles bis dann. Tschö-ri-ö.